schweine sind etwas außer kontrolle ihr bräuchtet ihr braucht nicht so panisch rumlaufen ihr könntet mir warum rennen schreien durch weil das so muss das macht man so in schweinanien da rennt man ja alles klar spanien das jetzt mit erinnert mich auch ein bisschen an den weißen heise wo die maulwürfe hier durch die gegend cruisen ja es kreischt steine in korn wo war noch mal unser zu hause wie ist der normale baum dann bist du gar nicht mal ab hier glaube ich finde ich auf dem weg weitestgehend sogar wieder ich habe ein geschenk ja wir müssen noch ein bisschen mehr science machen und dann können wir uns die auch so ich glaube ich pflanze mal an die mal anpflanzen und sortieren außer die beime die pflanze ich jetzt war los ja wohl gerade platz ist da kommt ein baumeln weil ich ein bisschen weiter außerhalb halt falls mal einer zu einem baummonster wird oder fledermäuse ich habe so einen tumbleweed gefangen war da viel drin manchmal ist viel drin manchmal nicht ich bin auf dem weg nach hause na leintest du das beziehst du das singen das angstzentrum im gehirn blockiert deswegen macht man das nämlich echt japanikattacken abwenden deswegen sinkt man weil das blockiert neuronen und neurosen wieso denn jetzt schon wieder hände eure fingern davon gehe einfach weg ich habe sie nicht weit genug reingeballert aber wie süß glummer ist ja wirklich süß gehst du einfach weg gehst du weg rabe schaufel danke i am scared i can see großartig ähm wo kann ich das das kann ich verkochen koch ich das mit dem und das mit dem und das damit und kochen juhu denn ich habe hunger ähm melting eis schmilzt was kann ich damit machen ähm du kannst auch das kannst du anstelle von nahrung immer zusammenpacken soll heißt wenn du jetzt nahrung in den kochtopf packst kannst du auch eis anstelle dessen nehmen ok das ist sehr sehr nützlich wir bräuchten eigentlich noch einen zweiten kochtopf wieder wie beim letzten mal ähm eigentlich ganz easy kann ich sogar machen zu gold äh ich brauche nur kohle ach da bist du gerade hast du das entschuldige ich sortiere gerade eben einen kein Problem äh holz brauche ich äh das brauche ich auch uah dead grass ey so viel heu ah 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 ich hasse diese fledermäuse verpiss dich aus meiner existenz du zerstörst du mein Leben immer mehr immer mehr verpiss dich warum kann die jetzt aggieren was haben die denn für Probleme ja weil wir das da oben aufgemacht haben wir müssen da mal rein und ach man ey alles zerstören Hilfe ich lass mich auch nicht in Ruhe die Schweine lasst mein Chester in Ruhe wenn ich mein Gluma Baby angreife bring ich euch alle um leint leint und leint sehr schön der pennt der pennt der pennt einfach scheiße ich nehme jetzt mit nach unten sollen sie doch kacken gehen ja das im besten Falle sollten sie kacken gehen ja das stimmt ne jetzt schlafen sie einfach alle bei uns am Lager toll was für glorreiche Tiere ah takke im Schlafer schlagen ah ich geh nicht ich geh nicht zimmerlich mit denen um ich wollte ich wollte ah ja wir müssen ja die ganzen Büsche müssen wir noch düngen damit sie überhaupt Sachen von sich geben auf jeden Fall haben wir jede Menge schon mal davon ja wir müssen jetzt nur alle mit scheiße düngen aber ich hab ja Gott sei Dank schon ein paar von diesen komischen Fledermäusen erschlagen ich weiß gar nicht wie das wohl passieren konnte Aggression die fliegende vielleicht manchmal muss man Dinge einfach zerstören du machst mir ein bisschen angst gerade aber nur ein bisschen so ich habe alles gepflanzt sehr gut jetzt brauchen wir scheiße teiche für richtig viel scheiße hier ist noch Guano und da ist noch Stahine ja das ist auch sehr sehr gut und Stahine den Mondstein kannst du in die in die dritte Kiste da habe ich Gold und solche Sachen ach ja den packieren mal zu ja ich sortiere mal ein bisschen zwischendrin so dass wir eine Kiste für Steine haben oh ich habe ja das braucht mehr Science okay dann Science wie immer Science 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 I kill you Science Grubby Gear ich bin lieber ich bin lieber ein bisschen schicker angezogen heute ich würde mich festlich ja ich möchte festlich inspect yourself ich habe das shadow fall aus geht ich habe uns zwei zwei mützen gemacht hier warte ich gebe mir da hast du Mütze da hast du Mütze da hast du Mütze da hast du Mütze sehr gut der Speer ist parat dann sortiere ich mal die Sachen oben ist jetzt mein Combat Gear Kacke something is approaching was heißt das kommen wieder Hundis hörst du das ich hör ich hör schon wieder Hunde ich hör schon wieder Hunde alter hier hast du was zu essen damit fühlst du dich wohl wir sind ja bestens ausgestattet dann können wir ja schon mal wieder Mann ey wir sind grad erst so ein paar Sachen fertig geworden da können wir jetzt ja schon mal wieder da rüber gehen hast du eine Fackel oh wir gehen zu den Schweinen oh ne ist schon zu dunkel um zu den Schweinen zu gehen achso die Schweine abgerichtet ne wir gehen wieder zu den Bifalos die Hunde können jetzt ein bisschen halt das Schwein nehm ich mit das nehm ich mit das komm 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 hier hast du was zu essen komm komm Schwein komm Schwein jetzt folgt der Fackel komm Folge Fackel Schwein folgt nämlich schlicht jetzt noch den Ritt der Walküren einblenden und alles ist perfekt oh das ist ja schon mal ein bisschen kacke die kannst du schon mal sammeln reicht für uns und ich mach hier mal ein bisschen Licht so dann hab ich das angezogen wir haben halt leider noch keinen Locksuit aber immerhin ähm wir haben keinen Locksuit stimmt also du hast einen Locksuit ich hab schon einen aber ich weiß nicht warum ich einen hab hast du unterwegs einen gefunden manchmal findet man die unterwegs ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr ich könnte mir sogar einen machen wenn ich Stroh dabei habe aber das Schwein sieht so verwirrt aus Aha ich hab mir eine Locksuit gemacht Something is approaching Auf geht's auf geht's randomes Feuer ich mach noch ein bisschen mehr Feuer rein zack damit es hell genug ist damit wir Teilemfufffusat hast du dann da gegessen Hundis ja er prügelt sich mit ihm schon mal den ersten angreifen haha dann warum droppen die bloß so ekelhaftes Zeug mehr Hundis warst du schon so da kommen mehr immer mehr wuhu einfach unten drin gespawnt die Viecher zack oh oh es geht hier ab jetzt geht's ab ja fünf Mann Bums jetzt ist aber ausgebummst ha 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 irgendwie wollen die alle dich so das äh Aua lieber hier rein versteck dich naja ich komm schon und ich renne schon rum das Schwein auch das Schwein will den unbedingt hauen voll aggressiv ey alter mega die Aggression die Viecher oh lang lang ganz schnell das ganze Fleisch richtig gut warte hier ich hab das ekelfleisch das kannst du mir alles geben sehr gut mein Backpack wieder nehmen wunderbar oh jetzt muss ich aber gleich was essen ja und wir müssen uns auch gleich wieder heilen aber das ist ja kein Problem wir haben ja noch Asche wir haben ja noch Steine da hab ich jetzt Ratatouille das hab ich dir gegeben damit du was zu essen hast oh vielen Dank Pein for food nein 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 das war dein letztes Mal okay ich kann doch nicht hauen aber ich hau dich das nächste Mal dann so das sind doch noch Spinnenheildinge ja ich werd mich morgen noch mit ganz vielen vielen Schwein anfreunden oder noch mehr Spinnen ausräuchern gehen weil wir brauchen noch mehr von diesem Spinnenärschen und dann ist Krieg dann ist Krieg dann dann geht richtig los verdammt das wird jetzt schon wieder so spät oh nein und wir müssen die ganze Nacht lang hier im Feuer bleiben oh Mist ich habe Locks siehst du ja wir chillen denn hier einfach so lange was ist denn in Chessler so drin da ist Kacke drin und ein Razor oh Razor ist gut damit werde ich die razern ach ich habe meinen Rucksack hinten vergessen ja egal kein Problem dann razer du mal schön wie schön Alter wie sie rasiert wie sie rasiert ich rasiere heute man kannst du Gluma auch rasieren eventuell so ein bisschen was Fell hat das geht halt immer voll klar Gluma hat Fell ist plüschig ist jetzt zu lustig ne geht nicht so und höre ich so schnell naja der Mann ist halt ein bisschen stärker weißt du ich mache mir mal ein paar Samen kann ich Kot essen? nein nein von wo nein davon da nein 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 du musst dir ja ganz weit verfolgen aber ich kann nicht so weiter geht ja gleich wieder bammelt und so habs kaputt gemacht ja wir müssen ich muss morgen noch ein paar blumen wie gesagt nicht in der nähe von unserem lager aber weiter weg pflücken und ich wollte sowieso noch in die prärie ach stimmt das besser ist das ja ich habe ja irgendwo habe ich ja noch was freigelegt was haben wir denn hier oben noch alles auf jeden fall jede menge gras und sehr weit im norden befindet sich noch sehr viel stein und eis aber so insgesamt schwierig schwierig der wald behaftete bierumme hier ja sie sind alle unglücklich so ich jetzt schweine kollegen holen ich habe jetzt ganz viel fleisch und dann gehe ich spinnen verprügeln spiders werden alle leiden müssen oder ich gehe sogar in die in diese wüste und gucke ob ich da hauns finde und dann können die die vermöbeln das wäre super lustig du kannst uns ja mal mit 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 diesen falls dann noch das müsste noch spider glend in den kisten sein und so was du kannst uns ja mal wieder heil gegenstände machen also zum heilen das zeug der rotes idee da kann man nämlich nie genug von haben zumindest wir nicht ihr wolltet euch von mir nicht töten lassen jetzt will ich mit euch auch nicht kuscheln oder das sind die glühflümmchen hau ja warte mal ein freund das stein braucht sich dafür auch mein freund stein habe ich ja ich brauche jetzt auch mein freund die hacken übrigens für einen auch holz schweine ja wenn das mal anfängst holz zu hacken hören die nicht mehr auf manchmal schreit bei einem baumgeist aber das schöne ist die verprügeln ja gleich mit so jetzt folgt mir mal bitte alle meine damen und herren bitte folgen sie mir bitte folgen sie mir nicht drängen nicht schubsen nicht in der nase bohren das hättest du vorher sagen müssen ja ja ich weiß ich weiß nicht und ihr so zwei können wir bauen so dann packen wir mal ein nein nein ein da rein bitte ja ein hauen spanner ja er wird verprügelt juhu 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 hauen spanner sind super das ist so nice das ist so richtig praktisch irgendwas essen das kaputt zu machen ne oh ja spawn die ganze zeit hauen es und die hauen den ja das ist so schön das ist sehr gut kommen wir mal mehr werden nicht unsere bären eventuell ein bisschen schneller wachsen das wird sich ja du musst den man muss düngen und dann brauchst du eine ganze weile bis die bis die halt richtig hochgepowert sind wenn du hallo scharpe hört auf mein fleisch zu essen da hat das meist bei ja hey hallo ganz easy wurde ja nichts oh wenigstens ein paar hauenzähne das ist so gut damit können wir so viele tolle fallen machen oh ja davon habe ich ja schon gelesen ja Kräuter 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 muss ich dann nur mit einer Fackel zu mir locken dass sie auch bei mir bleiben und mit dem a weil wir wir wir